Komm her, schau mal, da ist ein neuer Filter. Du musst einfach nur grinsen, so, so, und dann, weißt du, dann macht es deine Haut... Hä, wie ist das? Oh, äh, äh, nee, achso, ich hab mir da vorne eine Pizza bestellt. Schiit, ich vermisse dich. Nein, ähm, nee, Lucy, das ist einfach nur, weil die vermissen meine Pizza gerade noch. Ich lasse mich nicht verarschen, Alex. Lucy, Lucy, bleib schrieen, was ist denn los? Ich lasse mich nicht verarschen. War nur Spaß. Ja, genau.